Es wird ja erwartet, dass Rockstar GTA 6 in diesem Oktober ankündigt und vielleicht auch einen Trailer enthüllt und da ist es glaube ich mal ganz wichtig, sich einfach mal die bisherigen Daten anzuschauen von den vergangenen Spielen, also wann wurden sie angekündigt, wann kamen die Trailer und wann wurden sie released. Das will ich jetzt natürlich nicht für alle Spiele machen, ist ja logisch, es gibt einfach schon sehr sehr viele Rockstar Titel, die man dann nennen müsste eigentlich, aber wir gucken mal drauf, so auf die wichtigsten Daten und da fällt auf, dass sie gerne den Oktober nehmen und auch gerne den Dienstag nehmen, beziehungsweise eigentlich fast immer den Dienstag nehmen für den Release eines Spiels und eigentlich auch fast immer für die Ankündigung des Spiels. Noch gar nicht so lange in der Vergangenheit liegt Red Dead Redemption 2, der Release war am 26. Oktober 2018, ein Dienstag, die Ankündigung dazu, ein bisschen mehr als zwei Jahre davor, 18. Oktober 2016, ein Dienstag. GTA 5, der Release natürlich 17. September 2013, ein bisschen mehr als zehn Jahre jetzt schon her, die Ankündigung dazu, 25. Oktober 2011, natürlich auch ein Dienstag, das Ganze geht im Endeffekt so weiter, Red Dead 1, nicht 2, 18. Mai 2010 wurde es released, natürlich ein Dienstag, wann wurde es angekündigt? Am 3. Februar 2009, ein Dienstag. Wann erschien GTA 4? 29. April 2008, ein Dienstag. Was da jetzt noch ganz interessant zu nennen ist, ist die Tatsache, dass zum Beispiel die Trailer von GTA 5 und von Red Dead 2, also der Trailer von GTA erschien am 2.11. 2011 und von Red Dead 2 am 20.10.2016, das waren jeweils keine Diensttage, das ist aber im Endeffekt glaube ich hinfällig. Und jetzt gucken wir uns doch mal den Kalender von diesem Oktober an. Also laut diesem einen Leaker soll es wohl am 26. angekündigt werden, würde jetzt ja eher rausfallen, das ist ein Donnerstag. Dann würde es eher Sinn machen, so von dieser geleakten Sprachnachricht von Strauss Zelnik auszugehen, der hat ja 23.24. glaube ich gesagt, dann würde der 24. bleiben. Also 24. Oktober Ankündigung, das haben sie ja bisher immer so gemacht, sie kündigen es erstmal an und dann eine gewisse Zeit danach, bei GTA war es eine Woche, bei Red Dead waren es sogar nur zwei Tage, danach kommt der Trailer. Bedeutet in diesem Fall, ja entweder dann noch in der Woche, also vom 24. bis 29. die Woche oder dann vielleicht in der Woche vom 30. bis zum 5. also 30. Oktober bis 5. November der Trailer zu GTA 6. Es wird spannend, es wird wirklich spannend. Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung in die Kommentare, ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt und vergesst nicht dem Kanal zu folgen. Für weitere GTA 6 News, ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.